Hey Leute, was geht? Der Justin wieder am Start. Es ist nur das Problem, ich habe jetzt gerade mal die Videos alle durchgeschaut, die ich jetzt noch aufgenommen habe. Und da ist mir ein kleiner Fehler aufgefallen, dass halt bei Black Ops 3 meine Stimme irgendwie ein bisschen kaputt ist. Das heißt, meine Stimme wurde nicht durch das Mikrofon gerackt, sondern durch die Kamera von der Facecam. Und daher wollte ich euch nur Bescheid sagen, dass irgendwie was kaputt ist an der Sturmspur und ich die jetzt nicht mehr synchron abspielen kann. Daher wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit dem Video, ich werde die Hintergrundgeräusche natürlich klein halten. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, unten ein Abo, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Wow, war kein Geil. Naja, auf jeden Fall, ich kann's gut sehen, dass ich nicht mehr. Ich hätte es nicht gedacht. Oder auch Flüssig, oder Flüssig, oder Flüssig, oder Flüssig. Da war ein Snipper. Da war ein Snipper. Da war ich. Da war ich. Da create da noch nicht. Scheiße. Oh man, jetzt haben wir die Kopffähigkeit fertig und ich kann es nicht eindrufen, toll. Der Kollege ist ja so hart am Rücken. Kann ich aber auch irgendwie verstehen. Der ist schon kritisch. Feindliche Drohne gesichtet. Boah. In dem Fall ist er schon kritisch. Kleiner. Der Camper, du. Nur am Camper gehen. also ich kann es nicht aufnehmen also mein cpu sagt auch danke ist das top ja du sagst du ja ja du sagst ja ja du sagst achtung feindliche schwebeladung die kule auf level 10 der ist irgendwie ein bisschen verdammt aber wir machen selbst wenn du einen glückstreffer landest richtig auslöschen ich bin gespannt ja dann alt was ist das denn für eine christliche spiele christliche acht jetzt das mit wenn du das sie ich hätte noch eine runde machen dann werde ich auch die offene wenn ja also wie gesagt wenn es weiterhin so gut flüssig läuft dann werde ich auf jeden Fall weiterhin Black Ops da reinbringen ich weiß allerdings nicht wann mal gucken ich muss mir erst mal wieder rein nehmen das die 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 das wird nicht das das die 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 oder war Ich weiß nicht, dass er sich nicht zu lohnt, ich hoffe ich kann. Oh my god, die Beteiligung. die habe ich gar nicht gesehen ich wollte gerade schießen, habt ihr es gesehen? nicht t t t t shit ich habe es Ich bin ja, weil ich noch eine Lachdkarte bin. Ja, ich bin ja, ich bin ja. Ja, aber ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich hab nicht mehr in den Facks von Gott nur noch Kämpfliche Brunner Kämpfer. Nur noch Kämpfliche Brunner Kämpfer, aber er kämpft gerade selber. Der Arimus ist weg. Wir brauchen die Eigessenzwürden, die brauchen die Pfeil. Jo. ich finde es am besten genug feindliche Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. So gut. Ja, keine Ahnung. Das war ich. Habt ihr jetzt gesehen? Ich habe 15 Punkte mehr bekommen. Und, ja. Ich nehme die Schwebeladung. Drohne bereit zum Einsatz. Im Perimeter auf 10.000 Minuten. So, ich werde jetzt hier verheiratet. Scheiße. Ich muss die E-G hinlegen. Ich muss besser. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich! Halt! Der Dreck-Campa! Ich hab den Dreck-Campa! Ja Leute... Ich finds geil, dass ich... selbst wenn du ein Glückstreffer anlässt sonst was man richtig auslöschen hat es gar nicht auch mehr wenn er sich vorgefallen hat oder wenn er sich vorgefallen hat auch wenn er sich noch etwas fuhben Motivation 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 Schauen wir mal raus hier. Ja, glaube ich. Jetzt zeig euch mal kurz hier meine Schöne hier hin. Schöne so. Schöne hier. Ich brauche einen Paint-Shop für mich. Oh. Da ist mein Pegatour. Sieht das nicht sexy aus? Dann lasse ich sexy aus. Ich finde mein Pegatour ist gut so. Na gut Leute haut rein bis zum nächsten Mal. Machs gut. Ciao.